So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit The Division 2 und ich zeige euch in dem Video einen coolen Ort, wo man Loot bekommen kann, der gut ist für Leute, die auf Level 500 kommen wollen oder für Leute, die eben schnell ein paar coole Sachen bekommen wollen, die dann dort zu finden sind, ohne dass man groß eine Mission machen muss. Und ich habe noch kurz die Info, dass Episode 1 für die Jahr 1 Besitzer am 23. Juli erscheint, also nächste Woche Dienstag und für alle anderen Leute, die das normale Spiel haben, ohne Jahr 1 Pass, kriegen dann die ganzen Inhalte ab 30. Juli. Und es ist so, dass die Jahr 1 Besitzer einfach nur dann Episode 1 schon spielen können. Den Rest, der am 23. Juli das Titel-Update 5, was da erscheint, den Rest, den bekommen alle Besitzer, aber die Jahr 1 Besitzer bekommen eben dann schon die Episode 1, um vorher schon mal reinschauen zu können. Und ja, der Loot-Ort, wo man eben hingehen kann und einfach richtig coolen Loot finden kann, für je nachdem, wenn man halt auf dem Weg zu Level 500 ist oder besser gesagt Gearscore 500, dann kann man dort wirklich ziemlich guten Loot finden. Hier gibt es ja den Eingang zur Darkzone. Und wenn man dann hier weiter vorgeht, gibt es dann unten einen Eingang in die Kanalisation. Und dort unten ist auch ein cooles Easter Egg. Da kann man ein Krokodil sehen. Und es gibt auch verschiedene andere Easter Eggs im Spiel, wo man zum Beispiel den Luftballon von S sieht oder It. Und den habe ich auch schon mal gesehen. Da gibt es mehrere Orte davon. Und hier kann man jetzt reingehen. Ich schaue bloß gerade hier, ist jemand gerade, der abgeschossen wird. Ich glaube, ich helfe dir mal kurz, dass ich mal kurz hier den Gegner abschieße oder so. Und ja, hier ist der Gegner. Und hier könnt ihr eben reingehen. Und da gibt es nicht nur ein paar gute Ressourcen, die man auch findet, die man brauchen kann, um Sachen zu craften. Oder eben, wenn man verschiedene Aufträge schaffen muss, wo man zum Beispiel verschiedene Ressourcen abgeben muss. Die kann man dann hier finden, wenn man hier rumläuft. Und das ist einfach nur für Leute. Diesen Ort können Leute besuchen, die eben noch nicht Gearscore 500 sind. Oder versuchen eben gerade durch die ersten 30 Level zu kommen. Dann ist es hier wirklich ein guter Ort, um hier Loot zu finden, der eben nicht mit großem Aufwand zu holen ist. Also ihr könnt hier einfach reingehen. Das tut sich täglich auch resetten. Also ihr könnt da jeden Tag reingehen. Alle 24 Stunden könnt ihr hier euch Loot holen. Und der ist eigentlich ziemlich gut. Für mich persönlich jetzt natürlich nicht so. Aber für euch wäre der natürlich gut. Ihr seht jetzt hier Lila 488 und so. Damit könnte man schon in die Nähe von Gearscore 500 kommen. Also wenn man jetzt eben noch nicht so weit ist. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, was man hier bekommt. Kommt immer aufs Spiel natürlich drauf an. Kommt auch ein bisschen drauf an. Hier kann man auch Schlüssel sammeln. Die seht ihr hier. Die gibt es auch Boxen hier unten. Und es kommt immer drauf an, welchen Gearscore man selber hat. Oder wenn man noch nicht Level 30 ist, welches Level man da hat. Welche Sachen man bekommt. Aber hier unten gibt es wirklich sehr coole Sachen. Dort hinten seht ihr den Krokodilschwanz ganz kurz. Da könnt ihr mal hinschauen. Da seht ihr dann ein Krokodil. Hier rechts geht es auch nochmal rein. Die Tür muss man aufschießen, wenn man hier noch nicht war. Da könnte man jetzt auch wieder rausgehen. Und hier gibt es ein paar Ressourcen. Und dann wieder eine Box, wo man was findet. Das ist jetzt zum Beispiel ein Sniper gewesen. In Legendär. Und ja, ich finde den Ort ziemlich cool. Ich komme da auch manchmal her, um einfach zu gucken, ob ich irgendwas Cooles bekomme. Dadurch, dass alle Kisten eh kostenlos sind. Man da nicht irgendwelche Schlüssel verbrauchen muss. Und so ist es eigentlich ziemlich gut. Und das ist wie gesagt für Leute gedacht, die einfach noch versuchen Level 30 zu erreichen. Oder auf dem Weg zu Level 500 sind. Es ist klar, dass dieser Loot, den man hier findet, nicht annähernd den Loot ersetzen kann, den man so in Missionen bekommt. Oder den man durch schwere Missionen dann bekommt, wenn man die abschließt. Aber es ist einfach ein Ort, den nicht viele kennen. Ja, also der wurde auch nicht irgendwie gepatcht oder sowas. Also den kennen nicht viele Leute, dass man hier runter kann. Und das ist ein ganz guter Weg, um sich ein paar gute Ressourcen zu holen und ja, auch coolen Loot zu finden. Es kommt immer darauf an, ob man mal was Gutes findet, mal findet man nicht so gute Sachen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich nur legendäre Sachen bekommen habe. Und dann auch mal Sachen bekommen habe, die richtig, richtig gut waren. Und dann gibt es halt Tage, wo man nicht so gute Sachen bekommt. Das ist immer unterschiedlich. Aber man kann es ja probieren, man kann es sich anschauen und dann, wenn man wiederum die Sachen dann zum Beispiel zerlegt oder rekalibrieren möchte, auch dafür kann man hier diesen Ort nutzen, dass man eben Teile bekommt, wo man dann seine Rüstung oder seine Sachen rekalibrieren kann. Hier hinten ist nochmal eine Schlüsselbox, die man aufmachen kann. Und dann könnt ihr euch auch ein paar Schlüssel holen. Die Schlüssel gibt es sowieso sehr oft in der Kanalisation. Also da findet man wirklich sehr viele Schlüssel. Und das ist dann so ziemlich alles hier unten gewesen, was man finden kann. Ich glaube, es gibt dann noch eine Box, die man finden kann. Die müsste hier hinten irgendwo sein, wenn ich mich recht erinnere. Und ich freue mich auf jeden Fall richtig auf Episode 1. Und am 23. Juli geht es ja los. Da kommt Title Update 5. Und da kommt dann auch Episode 1. Ich werde dazu klar auch ein Video machen. Hier haben wir jetzt noch die letzte Box. Da ist zum Beispiel wieder was Legendäres drin. Und das ist ziemlich cool. Also die Stelle hier könnt ihr euch anschauen. Immer wieder dann mal hierher gehen. Und dann holt ihr euch eben hier kostenlos ganz guten Loot. Je nachdem. Kommt manchmal eben nicht so gut, manchmal gut. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, damit ihr einfach mal über diesen Ort Bescheid wisst. Es gibt mehrere geheime Orte im Spiel, wo man sich dann coolen Loot holen kann. Und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Jetzt gibt es hier gerade noch eine Geiselübernahme. Die können wir auch noch schnell machen. Denn das ist ganz gut, wenn man dann mittendrin ist. Meistens ist es dann so, dass die schon gestartet wird. Wenn man auch unterirdisch ist, dann kann man die noch ganz schnell machen. Dann kriegt man dazu auch noch mal eine Belohnung. Das ist ja nicht wirklich schwer. Und ja, finde ich immer ganz cool, wenn man die dann abschließt. Weil man kriegt ja dann auch XP, um dann auch noch ein bisschen zu leveln. Und dann ist es eigentlich gar kein Problem. Und die Gegner, die da oft sind, sind nicht allzu schwer. Also es kommt immer darauf an, was für Gegner dann dort spawnen. Aber meistens sind die schon ganz okay. Und mit Episode 1 oder mit dem Titelupdate 5 wird ja auch der Loot dann nochmal überarbeitet. Also es könnte dann auch sein, dass dann diese Loot-Höhle, wo ich euch gerade gezeigt habe, oder wo man eben hingehen kann und öfter Loot holen kann, dass die eben noch besser wird, wenn dann nächste Woche Dienstag das Update zu Episode 1 erscheint. Also da kann es dann sein, dass es dann nochmal eine ganze Ecke besser ist und einfach noch besseren Loot drin hat, als es jetzt der Fall ist. Und es kommt immer, wie gesagt, darauf an, ob man mal guten Loot findet, mal nicht so guten Loot. Das ist immer unterschiedlich. Aber jetzt haben wir die Geiselnahme hier auch noch geschafft. Und das könnt ihr immer wieder machen. Also ihr könnt da jeden Tag reinschauen und könnt schauen, ob ihr vielleicht was Gutes findet. Und das ist einfach, wie gesagt, kostenlos dort. Und es sollte kein Problem sein, dort einfach mal ab und zu hinzuschauen. Und ansonsten hilft es natürlich, wenn man dann die ganzen anderen Missionen macht und sich das anschaut. Ja, und das ist so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, nächste Woche Episode 1 am 23. Juli und dann für alle anderen am 30. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster. Bis bald, euer Monster.